Herzlich willkommen zu meinen fertigen Seiten für den Monat März 2024. Ja, diesen Monat ist es, würde ich mal sagen, ganz gut gelaufen, was so die Menge angeht. Ich habe insgesamt geschafft, tatsächlich acht Seiten zu kolorieren und davon sind, sage ich jetzt mal, zwei ziemlich groß. Also eine, quasi eine Doppelseite und eins in einem Buch, das quasi so fast drei Größe hat. Ich habe das zwar nur als eins gezählt, aber von der Menge her ist das trotzdem ziemlich viel zum Malen gewesen für mich. So, wir fangen an mit Twilight Garden von Maria Trolle. Okay, da habe ich hier die Namensseite gemacht und habe da im Endeffekt wieder mal semi-art Aquarellfarben meiner alten Buntstifte, einen weißen Gelstift genutzt. Und was man jetzt wahrscheinlich, ich versuche es nochmal ein bisschen zu zeigen, aber ich glaube leider, dass das im Video nicht wirklich gut rauskommt, ist die Tinte, die ich zum Namenschreiben genutzt habe. Das ist so ein Türkis, das aber je nachdem, wenn das Licht drauf, richtig drauf scheint, sage ich mal, so einen, ja so einen violett-pinken Schimmer-Metallic-Effekt hat. Und die fand ich ziemlich cool. Ja, ach ja genau und, das habe ich hier völlig vergessen, ein ganz kleines bisschen, nach wie heißt es, Pastellkreide für, sage ich mal, so ein bisschen den Hintergrund, dass das nicht ganz so schneeweiß geblieben ist von Jacksons. Dann habe ich hier dieses My Summer Fairytale, das ist so ein, eigentlich so ein Kindermalbuch mit, für Aquarell, also es ist jetzt mehr, sage ich mal, dickeres Papier, so pappemäßig, sage ich mal, als wirkliches Aquarellpapier. Aber das ist immer ganz nett für zwischendurch, wenn man mal was Kleines haben möchte. Das habe ich mit dem Aquarellfarben von Art Deco gemalt, von denen ich ein Review-Video vor kurzem gemacht habe. Ich werde euch den Link in der Beschreibungsbox hinterlassen, für den Fall, dass ihr es noch nicht gesehen habt. Dann habe ich hier von Witches Around von Usiku diese Seite mit den Einzelgegenständen gemacht. Die habe ich gemalt mit den wachsbasierten Buntstiften von Brutuna, das sind die mit dem schwarzen Griff, sage ich jetzt mal. Dann habe ich einen weißen Gelstift von Sakura, wie immer für die Highlights und dann habe ich hier diese Glitzerstifte, sage ich jetzt mal. Das ist einmal die Hybrid Duo Metallic Gelstifte und der andere ist einer von Ali, so ein günstiges von AliExpress Kuang Na Neon Gel Pen. Die drücken leider durch, das heißt, das geht immer nur bei einseitigen Motiven. So, dann haben wir hier nochmal das Coco Princess, da habe ich hier wieder eine Seite gemacht, das ist halt auch mal ganz nett für, sage ich mal, relativ schnell. Mit günstigen Acrylmarkern, auch von AliExpress, weil das so ein Glanzpapier ist. Da geht halt leider weder Buntstifte noch Aquarell besonders gut. Ich habe es am Anfang mal mit Gouache probiert, das ist aber auch echt mühsam, weil das nicht so gut haftet auf diesem Glanz und man dann teilweise dreimal drüber muss, bis es deckend genug ist. Mit den Acrylstiften werde ich, sage ich mal, für Highlights super, aber so zum Ganzmalen wird wahrscheinlich nie so meins sein. Aber ich habe halt jetzt dieses, ich weiß nicht, ich glaube, Achterset ist es von diesen Prinzessinnen Dingern da und für das geht halt leider nur die Acrylstifte. Dann habe ich hier einmal das Pocket Rooms Malbuch von Southern Lotus, da habe ich hier diese Namensseite gemacht. Ja, da bin ich eher so, meh, begeistert vor, sage ich mal. Wie man sieht, hat das der Hintergrund mit dem Verblenden da irgendwie überhaupt nicht geklappt. Das sind diese Obos Aquarellbundstifte und dann habe ich auch noch einen weißen Gelstift von Sakura genommen. Wie immer bei diesem Bild und bei anderen, wo ich die Nummern habe, werde ich, wenn es mir möglich ist, die Nummern, sage ich mal, einfügen. Ansonsten, falls ihr was wissen wollt, einfach immer fragen, falls ich was nicht eingefügt habe. Also, ja, mit den Schachbrettfliesen, das ist sowas, wo ich echt total gerne mag, wenn ich irgendwann mal bei uns die Fliesen im Eingangsbereich neu machen würde, muss, sage ich mal, dann wäre Schachbrettmuster definitiv was, was ich gerne hätte. Dann habe ich hier, das wird mir übersetzt, sage ich mal, die chinesischen Zeichen mit die Geschichte von Feng Chu. Da habe ich hier dieses, ja, Titelmotiv, sage ich mal, Deckblatt, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ich habe hier einiges an so Glitzer-Elementen, die sind gemacht mit auch diesen Guang Na Neon-Gel-Pants und Clear Star Jelly Roll von Sakura und Wink of Stella Clear. Das ist das, was ich genutzt habe für die Perlen. Und ansonsten Semiart Aquarell, alte Buntstifte und die Farbe Castell Classics habe ich hier genutzt für die Haut und einen Darin Color Soft und zwar in Weiß für die helleren Stellen. Gerade bei den lilanen Blumen zum Beispiel für, zum Verblenden habe ich den weißen genommen. So, dann kommen wir zu meinen zwei, in Anführungszeichen, Highlights für diesen Monat. Das eine ist hier aus Princess Show. Das hatte ich, auch da werde ich die Links in der Beschreibungsbox hinterlassen. Dieses Malbuch, das ist jetzt so eine A3-Blockform, wo nur die weiblichen Charaktere drin sind. Und ich habe das Malbuch, gibt es noch in der A4-Buchversion, wo zehn Motive mehr drin sind, vor allem auch männliche Charaktere. Ich habe für beide einen Flipthrough, den werde ich euch in der Beschreibungsbox lassen. Wie man sieht, ich habe hier so ein paar Metallic Aquarellfarben benutzt von, jetzt muss ich mal gerade gucken, Giorgione und Magic Fly wieder mal. Das sind die, die ich versuche gerade leer zu kriegen. Ansonsten habe ich hier als Basis die Camlin Aquarellfarben genutzt, zu denen demnächst auch ein Review-Video kommen wird. Dann einmal die Brute Funer Pastellbuntstifte, das 12er Set und dann einmal das 260er Set von Brute Funer. Auch hierfür habe ich eine Liste geschrieben, welche Stifte ich für was genutzt habe. Entweder werde ich es in die Beschreibungsbox einfügen oder wenn ihr irgendwelche Kombinationen wissen wollt, einfach nachfragen, dann werde ich das gerne beantworten. Ja, das hat natürlich ziemlich lange gedauert, weil das, wie gesagt, fast A3-Größe hat. Man hat hier in der Blog-Version, wie man sieht, diese, sag ich mal, Karten in so, ja, weiß ich nicht, A6-Größe oder was das ist. Und ich habe mich versucht, von den Farben hier, sag ich jetzt mal, das Kleides an die quasi, ja, es ist ja nicht die Vorgabe, aber an, so wie die es halt koloriert haben, sag ich mal, anzulehnen. Und da muss ich wirklich sagen, da bin ich echt happy, wie es geworden ist. Also das Ergebnis bin ich sehr zufrieden mit, genauso hier wie das hier. Das war unser Streaming-Projekt, sag ich jetzt mal, mittwochs. Da machen wir immer Adult Coloring. Auf Twitch. Und das ist hier aus dem absolut wundervollen Malbuch Find Color von Googly. Das ist auf so einem Aquarellpapier gedrückt, sag ich mal, so eine speziellere Art Aquarellpapier. Und ich war echt erstaunt, wie gut das mit Wasser umgehen kann, sag ich jetzt mal. Ich habe hier diese helleren, weißen, transparenten Tücher, die habe ich mit Timmy Mia Jelly Gouache gemalt. Alles andere ist mit Aquarellfarben von Daniel Smith und White Knights gemalt. Sonst habe ich quasi nichts dafür genommen. Für die Statue habe ich unzählig viele Stunden gebraucht. Aber ich muss sagen, sie ist genau der Eyecatcher geworden, den ich wollte. Es ist wirklich, ich finde persönlich, ist es wirklich toll geworden. Ich bin wirklich stolz auf das Bild. Ja, hat auch unfassbar viel Spaß gemacht. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viele Streams wir gebraucht haben, aber ich würde jetzt mal so sagen, so um die 10, 11 Stück oder so waren es schon. Also stundenzahltechnisch ist da viel, viel Arbeit reingeflossen und von dem Künstler oder der Künstlerin, ich konnte leider nicht rausfinden, sag ich mal, unter dem Namen Gugelie, welches Geschlecht, sag ich mal, da dahinter steckt. Männlich, weiblich, divers. Aber ich habe zwei Malbücher vom Künstler und ich muss wirklich sagen, die sind beide absolut wunderschön und ich kann gar nicht warten, da noch mehr Bilder draus zu malen. Das sind definitiv Bücher, wo ich sage, da würde ich am liebsten gerne jedes einzelne Bild irgendwann mal koloriert haben. Und ja, ich musste ganz erstaunlicherweise tatsächlich feststellen, dass in dem anderen Buch, das ist Find Color und das andere heißt Colorful Time. Ich werde Links in der Beschreibungsbox zu beiden Büchern lassen für die Flipthroughs, als auch auf AliExpress Leute, die das anbieten, falls ihr da Interesse habt. Das Find Color ist immer, sag ich mal, günstiger, warum auch immer, als das Colorful Time. Das kostet je nachdem, also meistens, sag ich mal, kriegt man es so für 15 Euro, wohingegen das Colorful Time meistens so bei 20 bis 25 liegt. Ich muss aber sagen, ganz ehrlich, das ist beides definitiv das Geld wert. Ihr könnt, weil das ein relativ glattes Aquarellpapier ist, definitiv auch mit Buntstifte und anderen Sachen darin arbeiten. Die sind zwischen Lineart bis hin zu Grayscale, ich sag mal, motivtechnisch ist das ein bisschen mal so, mal so. Aber ich kann die nur empfehlen und ich muss sagen, für den Preis, das sind, also jetzt hier in dem, in dem hier, wo das Motiv jetzt draus ist, das sind 119 Seiten an Motiven. Das ist, finde ich, die Dinger sind echt saumäßig dick. Und das ist ja auch so, ich würde es mal sagen, so schätzungsweise so 200 GSM dick das Papier. Die Bindung ist super, man kann, egal wo man aufschlägt, flach aufschlagen, was ich echt super finde. Und ja, also falls da irgendwer Interesse hat, würde mich mal interessieren, ob jemand von euch auch eins von den Büchern hat und da vielleicht schon was draus gemalt hat oder ob ihr da prinzipiell Interesse dran hat. Und ja, ich weiß nicht, ob sich das jemand schon mal gefragt hat, aber ich bin prinzipiell offen für Bodycolors. Also falls ihr da irgendwie mal Interesse haben solltet, dann schreibt mich einfach an. Ja, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ganz wundervolle Osterfeiertage. Und ja, hoffentlich bis bald. Macht's gut.